happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei redlock gamble ich spiele heute mal wieder free fire mix denn heute ist freitag und freitag ist der f tag also free fire tag was wollte ich noch sagen ja ich spiele eine runde battle royale und clash squad danach also bei airranked und danach clash squad also dann viel spaß wir sind wieder hier in der luft sind nicht wieder sind schon in der luft uns ein bisschen warm zu schließen was war das da hinten ok ich mach das so wenn ich alleine spiele habe ich ja immer so meine eigenen regeln mit ich darf nur das einsammeln was angezeigt wird außer leichen darf ich looten diese türmchen darf ich nehmen und pilze essen sonst muss ich mal warten was ist der computer da mir gesagt jetzt darf ich den haufen nehmen oh schönes sniper was ist der电 hm 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 so ich hab schonmal auf jeden Fall Waffen wenn ein Gegner vorbeikommen möchte ich kann mich wehren ob ich gewinnen werde da steht in den Stern aber ich kann mich zumindest wehren aber eine zweite Waffe wäre noch besser ach ich hab noch ein Quest ich muss hier diese Asenare öffnen Asenare drei Stück noch so 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 oh da ist ein Spieler so 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 oh g36 war das so 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 oh so 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 schaffe ich das noch? so 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 warte jetzt warte jetzt irgendwas was fliegt hm hier vorne ist einer wo ist der letzte wo ist der letzte? ich hab noch gar kein viel mit den anderen waffen gemacht, was ja normal auch immer macht ach ich hab noch nur 10 getötet nein oh gut das war die erste runde 63 punkte gut finde ich gut 3909 Schaden ok dann geht es weiter mit CS Mode viel spaß ok ich bin jetzt hier in CS RANKIT reingegangen da bin ich mal gespannt wie das wird CS RANKIT da habe ich Internet Probleme schon mal schlecht oh first blood first blood css ranking ist ein bisschen schwieriger mal mal so WDR mediagroup GmbH Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. WDR mediagroup GmbH 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 viel Spaß und auf Wiedersehen. Übrigens heute werde ich wahrscheinlich kein Live-Zooming machen.